Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Night of the Rabbit und das ist jetzt womöglich die letzte Folge, die ich für heute aufnehmen werde. Ich habe jetzt schon ein paar Folgen wieder hintereinander aufgenommen und ich muss zugeben, dass ich jetzt kurz wieder in die Lösung geschaut habe, weil ich hier absolut keinen Plan habe, wie wir diese Echse in die Flasche stecken sollen. Also ich glaube, ich wäre auch nicht so schnell darauf gekommen. Deswegen, also ich wusste, dass wir, oder mir war klar, dass wir hier an dieser Blume ziehen ist die Echse abgelenkt und wir müssen auch was mit der Trommel machen. Aber ja, so einfach war das irgendwie alles nicht. Deswegen habe ich halt nachgeschaut und bin froh, dass ich es gemacht habe. So, wie war das jetzt? Ich glaube, erst mal die eigene Zukunft voraussagen. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Wollen wir noch mal sehen? So, jetzt wenn er tanzt, müssen wir an der Blume hier rütteln. Oh, entschuldige, Sumse. Komm her, du sattlingest, seines Dingen fassen. Na, wir rütteln zu. Na, wir rütteln zu. Passa und sitzt bauten fest. Na, wir rütteln zu. Es hat nicht sollen sein. Nicht? So, genau. So, da muss man ja auch erst mal drauf kommen. So, jetzt habe ich natürlich auch gesehen, was wir mit der Kugel machen müssen. Zack. Passt perfekt. So, wie war das jetzt? Müssen wir die Rübe erst mal rausholen, oder müssen wir das vielleicht? Ich weiß nicht, wir machen jetzt erst mal, ähm... So, können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen Laubtaler. Kann ich auch später zahlen? Mit 20% Zinsen kannst du bei mir einen Glückskredit bezahlen. Pro Jahr? Pro Tag? Hm, du sitzt sowieso gleich in einer Flasche. B. Nichts? Kredit, kein gut. Ausgezeichnet. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Ah ja, okay. Das fliegt von alleine raus. Dunkle Wolken zieh. Hätte ich ja... Das Unglück folgt... Ja, ja, ist ja gut. Glück bleibt dir fremd. Der ist wohl erst mal mit sich selbst beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Nein, nein. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Damit bin ich fürs Erste fertig. Dann springen die Glückskugel heraus. Unglück wird über dich kommen, wenn du diese Klappe berührst. Äh, ich wollte nur... Lügen. Haben wir jetzt zu lange gebraucht? Ich muss, glaube ich, nochmal die Zukunft voraussagen. Dann müssen wir jetzt die weiße Kugel da reinschmeißen. So. Ne, reinwommen wir? Hä? Ach so, scheiße. Ich hab den wieder ablenken müssen, ne? Ach, verdammt. Ah, ich muss ihn ablenken. Also nochmal das Ganze, sorry. Dunk, das... Ja, Glück. Der ist wohl... Glück. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun. Entschuldige Sumse. Komm her, du schaffiges, kleine Ding. Und Klappen. Kass! Okay. Gut. Schmeiß rein die Kugel, los. Hopp, hopp. Wir wollen wieder machen. So, und jetzt muss er sich nochmal zurückgreifen. Sie auch ihre... Selbst... Ja. Wollen wir noch mal sehen. Ja. Interessant. Hurra. Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, ein guter Schluck bringt großes Glück. Wie seltsam. Aber die Kugel hat nie gelogen. Nur, wo bekomme ich so einen Schluck? Ich muss sie öffnen, um an mein Glück zu gelangen. Na dann, nur zu. Ich gebe Glück und sehe. Mir wird Glück gegeben. Endlich. Viel länger hätte ich den nicht mehr ausgehalten. Haben wir doch schon mal eine eingesperrt. Auch wenn ich nicht selber auf die Legen komme, wenn das funktioniert. Endlich ist er weg. Kitsune. Tokake Seidern sind in dieser Welt. Wie kann das sein? Du kennst sie? Sie waren schon in meiner Welt. Wer sie berührt, wird sich für immer verlaufen. Glaubst du wirklich? Jerry, ich kann deinen Weg nach Hause nicht mehr öffnen. Das waren bestimmt sie. Ich will nach Hause. Jetzt müssen wir uns natürlich noch um die anderen. Um die anderen beiden Echsen kümmern. Die waren ja direkt in der Stadt im Ausfall drin. So. Da sind wir. So mit dem haben wir ja versucht. Ach, guck mal, da ist er ja. Wir hatten versucht, die Flasche nur ihm zu geben, aber das war ja Quatsch. Ich denke, wir müssen die ja hinstellen, ne? Ich werde versuchen, ich werde versuchen, ihm die Flasche hinter seinem Rücken unter zu jubeln. Okay. Mal sehen, ob's klappt. Okay, dann will ich aber auch eine Flasche haben. So, ich würde gerade sagen, meine Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Und sie sollen es nicht bereuen, denn meine Flasche für den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Ach, der Korken sitzt aber fest. Aber wenn ich mit den Daumen etwas nachhelfe... Ich habe ihn in einer Flasche eingesperrt. Wie passend. Was hast du getan? Ich werde... Das ist... Das ist eine Eintrittskarte. Endlich! Endlich! Der Schnee. Der große Taro von... Was für eine Show. Und ich... Ich... In der ersten Reihe. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Okay. Also die Echse... Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Da lasse ich besser die Finger davon. Okay, also... An die Echse jetzt zu fangen, war im Gegensatz zu der anderen jetzt echt leicht, ne? So, okay. Was machen wir jetzt aber mit der dritten Echse? Ich habe keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall besoffen. Das haben wir ja in der letzten Folge... Der Baden hat seine Wirkung nicht verfehlt. Ew. Okay. Ähm. Zwei Echsen haben wir. Eine fehlt uns. Was haben wir denn hier noch? Eigentlich alles nichts mit dem Zauber, aber was soll man denn da zaubern? Ach, ich will schon... Sorry, Leute. Ich muss da nochmal nachgucken, glaube ich. Der Baden hat seine Wirkung nicht verfehlt. Okay. Und im Konsortium wird wieder der Respekt zukommen, der ihn gebührt. Ich rieche finanziell im Handlungsspielraum. Klar, ich bin so reich. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzählt. Wie die anderen. Absolut. Du willst Zaroff sehen. Wie die anderen. Genau. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit einem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zaroff. Ah, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was soll ich unterschreiben? Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir. Muss ich nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Beim Squamertag, das läuft ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Wo ist Zaroff? Du bist noch immer, noch immer wach. Bald wirst du schlafen. Und den großen Zaroff sehen. Seine Rache ist unser Triumph. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Sie müssen. Okay. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verrückt. Ich hab immer noch ne Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zaroffs wie die... Immer noch. Der, das, dann wirst, dann den. Noch ein Vertrag. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Was? Ich wusste, diese hinterhältigen... Warte, ich glaube dir nicht. Ich bin noch... Ganz klar im Kopf. Achso, muss er nochmal einen Schluck trinken? Klar, auf ein... Ausgibt... Deine Wirt... Okay, dann trink ich jetzt nochmal einen Schluck. Der ist ja schon so hacke dicht. Musst du mal umkippen jetzt bald. Und jetzt? Du bist noch immer... Noch immer mal wirst du schlafen. Und den großen Zaroff sehen. Ich glaube, ich glaube, ich habe einen Tee. Hallo? Achso. Ich habe immer noch einen Echt. Du willst wie? Immer noch. Der, das, ja, da, den. Ja. Ähm. Ah. Das war mal. Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Hä? Das alles hier war für die Katz? Ich... Oh. Mir ist schwindelig. Meine Brüder werden mich auslachen. Alles wertlos. Wir werden auffliegen. Die wollen bestimmt alle Rückabwicklung. Rette sich wer kann. Scheint, als sei ihm sein Schaumbein zu Kopf gestiegen. Mhm. Hm. Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Ja, die Ex ist da reingesprungen. Haben wir gesehen, so. Und ich weiß, was wir machen müssen. Zack, zack. Mal sehen, ob das klappt. Das war's, ne? Das juckt. Hm. Jetzt tarnen sie sich. Okay, er hat sich unsichtbar gemacht quasi. Das hat Spaß gemacht. Aber jetzt muss man natürlich hinterher. Wir müssen ihn ja fangen. In der Flasche. Hm. Wo ist die Eidechse denn jetzt abgeblieben? Ja. Die ist doch hier rausgelaufen. Da müssen wir mal durch die Münze gucken, ne? Oh, da oben hängt sie. Kann der mich sehen? Der kann mich sehen. Verflucht. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Rein gar nichts. Nein. Juck. Ich hab dir... Bei großen Squam attacks hab ich einen trockenen Hals. Ich kann mich nicht mal richtig groß reden. Sie haben dir sicher gesagt, dass wir Dreck am Schlecken haben. Die Masken sind nur zum Schutz. Trocknende Käse. Leute wie wir werden gejagt, getrocknet und am Schwanz aufgehängt. Das kannst du doch nicht wollen. Nein. Mit dir spreche ich nicht. Geld gibt es auch nicht zurück. So. Wir geben ihm einfach mal die Flasche auf hier. Wie wäre es mit etwas frischem, kaltem Wasser? Was? Du guter, guter Junge. Wer muss denn ganze Welt nur mir besitzt prellen, um glücklich zu werden? Wenn doch... Wenn doch ein Schluck Wasser aus der Hand eines Geschäftspartes wie dir. Nein, eines Freundes. Nicht mehr nabt, als jeder Vertragsabschluss es könnte. Na dann. Hoch die Tassen. Ich habe die Eidechse eingefangen. Endlich. Wird einem ja ganz schwindelig von dem gerede. So, damit haben wir alle drei, ne? Gehen wir mal schnell zurück zum Magier. Schauen wir mal, was dann passiert, wie es weitergeht. Wir haben die anderen Banausen. Du hast die übrigen drei Echsen gefangen. Nun haben wir alle vier. Nun können sie kein Unheil mehr in Mauswald anrichten. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Nur ein Baumläufer kann sich diesem Unheil stellen. Nur ein Magier, der vom Marquis ausgebildet wurde. Du allein kannst uns helfen. Ich? Aber... Deine Ausbildung ist fast abgeschlossen. Doch eine letzte Aufgabe steht dir bevor. Wähle deinen Mantel. Jeder Magier wählt zum Ende seiner Ausbildung einen Mantel, der zu ihm passt. Du hast vier Portale durchschritten. Du hast vier Zauber gelernt. Nun ist auch für dich die Zeit gekommen. Welches Gewand gehört zu dir? Wir können sich wirklich eins ausruhen, oder? Das macht er doch selber. Viele Kleidungsstücke. Roter Mantel. Ja, der Rote. Natürlich. Der ist ja auch so auffällig. Unzählige Mäntel und Jacken und Anzüge und Anoraks. Alle scheinen schon mal getragen worden zu sein. Hm. Ob es hier wirklich einen passenden Mantel für mich gibt? Der sieht so ähnlich aus wie der Mantel, den der Marquis trägt. Der ist auf keinen Fall für mich gedacht. Ach so. Okay. Doch nicht der. Ich hoffe, es geht ihm gut. Es tut mir irgendwie leid, dass ich ihn so angeschrien habe. Der hier sieht aus wie Abenteuer, Spannung und wilde Seeschlachten. Das ist zwar genau mein Ding, aber irgendwie... Nein. Ich hab das Gefühl, dass der nicht für mich ist. Pass mal auf, der Rote hier mit dem gelben Stern war. Schneeke Anzug. Ja, der könnte einem großen Illusionisten gehören. Aber trotzdem. Nichts für mich. Hui. Mutig. Aber ganz bestimmt nicht mein Ding. Mhm. Klassisch. Aber das ist nicht meins. Okay, dann kommt unser ganz zum Schluss. Das ist einer von diesen Anzügen, bei dem der Fernseher zu flimmern anfängt, wenn der Moderator im Abendprogramm sowas trägt. Das ist auch nicht meine Jacke. Unzählige Mantel und... Alle scheinen schon mal getragen... Hm. Ob es hier wirklich ein... Hä? Ist ja doch kein, oder was? Licht, wir müssen da durchschauen. Hm? Da fällt Licht durch eine kleine Öffnung. Moment! Ist das ein Schlüsselloch? Ja. Hm. Wo es ein Schlüsselloch gibt, gibt es doch sicher auch eine... Tür. Hä? Das ist doch mein Zimmer. Bin ich wieder zu Hause? Zurück in meiner Zeit? Wie bin ich denn hierher gekommen? Du träumst, Jerry. Niemand kennt diesen Raum besser als du. Hier existiert er nur vor deinem inneren Auge. Ach so. Und was soll ich dann hier, wenn das alles nur ein Traum ist? Die Wahrheit, die du hier finden wirst, das Wissen, das du verdrängt hast, ist mehr als real. Wähle deinen Mantel, Jerry. Wähle das Gewand, das zu dir gehört. Meinen Mantel? Wo soll ich denn hier einen Mantel finden? In meinem Zimmer gibt es haufenweise cooles Zeug. Aber Mantel? Hallo? Herr alter Magier? Keine Antwort. Magie, schön und gut. Aber an der Kommunikation müssen wir noch arbeiten. Unter dem Bett, fast ordentliches Bett, Regal voller Bücher, Teppich mit Autobahnmuster und Schäfchen. Modelle an der Zimmerecke, Tür, Schiebetür. Will ich einfach öffnen können? Egal, wir schauen mal nach. Scherettspiele, Sportsachen, alte Bilderbücher und meine Comicsammlung. Meine Güte. Die nächste Ausgabe von Dimension Y wird sicher fantastisch. Ob die Krokodilsmenschen nun wirklich London angreifen werden? Früher habe ich da Spielzeugautos fahren lassen und mich immer gefragt, warum echte Autobahnen nicht aus Teppich sind. Da ist nichts unter meinem Bett, oder? Nein, da ist nichts. Mama hatte recht. Na gut, man sieht, dass ich es gemacht habe. Aber immerhin, ich hab's gemacht. Super interessant. Meine Bücher über Zauberei und Magie und ein paar Bücher mit Geschichten über Zauberer, die Verbrechen lösen. Die sind gar nicht schlecht. Die wirken alle gar nicht mehr so großartig. Meine großen Vorbilder. Wissenschaft ist wahre Magie, sagt Mama immer. Selbst wenn es nicht um Zauberei geht. Trotzdem habe ich ihre alten Schulbücher, die sie mir geschenkt hat, auf den langweilig Stapel gelegt. Okay, dann gehen wir mal durch die andere Tür noch, ne? Also, falls er da durchgeht. Ich bin schnell gelangweilt. Ich glaube, ich höre den Fernseher im Wohnzimmer. Ob Mama da ist? Die ist zu. Ach was. Wenn das hier nur ein Traum ist, dann ist Mama ganz woanders. Und wartet auf mich. Okay, aber wo kriegen wir jetzt unser Gewand her? Da ist es dunkel. Oh, hat sich da draußen etwas bewegt? Für einen Moment sah es so aus, als ob da ein Schatten am Fenster vorbeihuscht. Vielleicht war das nur meine Einbildung. Früher hatte ich immer Angst, dass Außerirdische mit großen, mandelförmigen Augen in mein Fenster glotzen. Und mich mitnehmen. Zu viel Fernsehen, sagt Mama immer. Okay, aber wo kriegen wir denn jetzt unseren Mandel her? Müssen wir doch nochmal in den Schrank. Oh, Schultasche. Ich habe meine Schultasche immer noch nicht gepackt. Nicht einmal im Traum. Wenn ich nur endlich wieder nach Hause komme. Ich würde sie packen. Ich würde sie sofort packen. Ja, ja. Oh, da liegen noch Hausaufgaben. Unser Deutschlehrer will, dass wir über die Sommerferien einen staubtrockenen Roman von Anno Schießmichtod lesen und zusammenfassen. Naja, morgen Abend habe ich ja auch noch Zeit. Aha. Wahrscheinlich. Okay, können wir wieder in den Schrank gehen? In den Schrank zurückgehen? Das ist mein Schrank. Aber wie konnte ich denn durch einen Schrank hierher kommen? Vielleicht wurde der Schrank aus dem Holz eines Portalbaumes geschnitzt. Nein, halt. Der Magier sagte, das hier ist alles nur ein Traum. Und er hat gesagt, ich soll meinen Mantel finden. Also da drin ist mein Mantel schon mal nicht. Moment, vielleicht... Viele Mantel. Aber nicht meiner. Vielleicht müssen wir das hier machen. Da haben wir jetzt eigentlich noch die Modelle, ne? Die werden sich angepuckt haben. Ja, Weltraum. Und die sind die Jeremia zaubernden... Hm. Wie kriegen wir jetzt unseren... Ich weiß es nicht. Da passe ich besser gut drauf auf. Du musst das fünfte Portal finden. Die Baumläufer haben es jedoch versiegelt. Benutze den Tonträger. Er ist der Schlüssel, um den Weg zur Lichtung des ersten Baumes zu öffnen. Mit ihm lassen sich Klänge transportieren. Ich werde im Aktivschlaf versuchen, auf die Lichtung vorzubringen. Ich hoffe, wir werden uns dort treffen. Ja, das ist gut zu wissen. Aber eigentlich sollte ich doch erstmal meinen Mantel finden. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das hier machen sollen. Nichts. Schade. Nichts. Nichts. Hä? Hä? Was? Warum? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. So wie immer. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch wirklich nicht. Echt, ey. Was, 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 was? Was übersehe ich hier schon wieder? Mann, 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 Mann. Es ärgert mich. Und die Folge. Ich habe gerade mal geguckt. Es ist schon wieder so lang. Ich muss hier gleich aufhören. Was übersehe ich doch hier? Wartet mal. Ich gucke mal nochmal danach. Ich muss nochmal gucken. Ich gucke gerade, wo alles glitzert, was wir schon angeschaut haben. Rechts? Rechts ist doch das Fenster, oder? Ja. Und dann war irgendwas. Teppich. Oder? Teppich mit links. Gespalten in der Tür. Teppich mit links. Mann, ey. Das ist immer sehr schüchelig. Fenster. Regal, Regal. Da. Ecke des Teppichs. Okay. Hm. Ah, okay. Alles klar. Und wenn wir noch reingangen. Hier gibt es noch eine Lagernische. Eine Lagernische? Mama sagt, hier sollte ursprünglich eine zweite Kellerträger. Jetzt stehen hier nur ein paar verstaubte Kartons. Okay. Schauen wir mal. Was war da für die? Verstaubte Kartons. Sag ich ja. Ich glaube, eine Zeitschrift. Die bunte Welt des Wissens. Ich glaube, Mama hat die gesammelt, als sie klein war. Ich habe das alles schon mal durchstöbert. Damals dachte man, wir hätten heute alle Propeller auf dem Rücken und würden zur Arbeit fliegen. Hoffentlich ist es soweit, wenn ich erwachsen bin. Da ist bestimmt nur altes Zeugs drin. Oh, was ist das? Eine alte Lederjacke. Ich habe sie noch nie gesehen. Aber irgendetwas sagt mir... Ja, ich kenne sie. Wähle deinen Mantel, Jerry. Das ist meine Jacke. Wähle das Gewand, das zu dir gehört. Dieses Gewand gehört zu mir. Okay. Schick, schick. Meine Jacke. Sie ist fort. Es war nur ein Traum. Doch du hast gewählt. Du bist ein Baumläufer. Magier. Aber dieser Mantel, er... Du beginnst, dich zu erinnern. Wem gehörte dieser Mantel, Jerry? Ich. Es ist wie ein Loch in meinen Erinnerungen. Da ist jemand. Ich habe ihn auch an den Portalbäumen gesehen. Er hat mich gerufen. Wer war das? Ich. Sieh dir diese Karte. Ja, Jerry ist mein Papa. Mein Vater. Es ist mein Vater. Oh nein. Wie konnte ich ihn vergessen? Wo ist er? Er ist der große Zauber. Oh. Das wäre sehr... Ich habe es gesehen. Etwas ist in deine Welt eingetreten, Jerry. Hat nach einem Anfang gesucht. Doch als es in eure Welt kam, musste etwas anderes gehen. Dein Vater wurde aus eurer Welt gerissen. Und sogar aus der Erinnerung seiner Familie. Oh nein. Wo... Wo ist er jetzt? Der Irrt im Raum zwischen den Welten umher. Dort, wo die Grenzen verwischen. An den Portalen. Konntest du seine Existenz spüren? Es gibt nur einen Weg, ihm zu helfen. Nur einen Weg. Viel Glück. Ich hoffe, seine Geschichte hat ein gutes Ende. Die Halle der Schüler. Was machen wir hier? Wir müssen zur Lichtung des ersten Baumes vordringen. Zur Lichtung des ersten Baumes? Die Zeichen waren offensichtlich. Doch ich habe sie viel zu lange übersehen. Welche Zeichen? Die Poster. Die Echsen. Ein Bann wurde über den ersten Baum verhängt. Ein verbotener Zauber, der sich in alle Portalwelten verbreitet. Die Poster? Stimmt. Die Mauswalder waren wie besessen von der Idee, den großen Zaroff zu sehen. Aber niemand wusste, wo er ist. Er muss auf der Lichtung des ersten Baumes einen Bannspruch gewirkt haben. Über die Vereinnahmung des ersten Baumes hat sich Zaroff zu einer alternativlosen Idee gemacht, die sich wie ein Virus verbreitet. Das Echsen-Konsortium hat diese Situation ausgenutzt. Den Wahn der Bewohner von Morswald. Nun zieht er sie in ihren Träumen auf die Lichtung des ersten Baumes. Der Marquis wusste davon. Das war also die Gefahr, von der er gesprochen hat. Aber warum ist er verschwunden? Wir müssen den Bann des Zaroff brechen. Nur dann können wir die Bewohner der Portalwelten rennen und das Gleichgewicht wiederherstellen. Nur dann wird dich dein Portal nach Hause führen können. Nur dann wird dein Vater seinen Weg zurück in deine Welt finden. Was muss ich tun? Die Halle der Schüler bestätigt, was ich schon lange weiß. Du bist ein wahrer Baumläufer. Deine Ausbildung ist abgeschlossen. Du musst das fünfte Portal finden. Die Baumläufer haben es jedoch versiegelt. In dieser Halle ist ein Tonträger versteckt. Er ist der Schlüssel, um den Weg zur Lichtung des ersten Baumes zu öffnen. Mit ihm lassen sich Klänge transportieren. Ich werde im Aktivschlaf versuchen, auf die Lichtung vorzudringen. Ich hoffe, wir werden uns dort treffen. Ich wünsche Glück. Ich... Ach... Beeil dich, bevor es zu spät ist. Gut, aber das war ganz schön viel für diese Folge und auch für mich. Ich brauche dringend eine Pause. Ich werde an einem anderen Tag weiterspielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein paar Kommentare da und seid doch in der nächsten Folge wieder mit dabei. In dem Sinne macht's gut. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.